So Leute, da sind wir wieder! Bei Minecraft! Season 1! Mein Grüßt? Alter, Begrüßungen lieben wir ganz und gar nicht! Naja, das ist auch scheiße! Ja, keine Ahnung, das ist überhaupt in meine E-Mail-Adresse. In deine E-Mail-Adresse? Ja, in meine E-Mail-Adresse. Nein, ok, lass mich jetzt mal reden, behalte es hier für gleich. Nein. Doch, Minecraft wird jetzt nämlich in Full HD aufgenommen. Und es ruckelt kein Stück mehr, ich bin bei 30 FPS. Aber auch nur begrenzt durch Fraps, also theoretisch könnt ihr wahrscheinlich auch auf 100 gehen. Es ist einfach nur so geil! Jo, Castello, möchtest du was sagen? Lennart, möchtest du was sagen? Ah, das war mein Hühnchen. Ähm... Und Dark hat eingewilligt Adventure-Maps zu spielen. Heißt du Lennart? Ja. Lennart und Penny. Wollen wir das mit der Season sagen? Kannst du gern machen, ja. Also wir hatten es so beschlossen, dass wir in jeder Season einen Versuch haben, einen Ender-Drachen zu töten. Und wenn wir das nicht schaffen, fangen wir eine neue Season an. Äh, das ist wieder das End-End-Ziel. Haben wir auch Lad-Perfs, möchte ich zuschlagen. Und, ähm... Wir müssen in jeder Season zwei relativ große Gebäude bauen. Die... Auch relativ... Oder ein Maxi-Ge... Oder ein richtig richtiges Maxi-Gebäude. Ja, genau. Mach schon Maxi-Penis. Was weiß ich, eine so ne... So ne Festung hier, aber halt irgendwie noch größer oder so. Wollen Maxi-Penis? Maxi-Penis. Das wäre dann so Maxi-Maxi. 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 Ja, sind wir jetzt genug hier umgejumpt? Ähm... Ja, was... Wollen wir dann jetzt irgendwie... Hölle-Tränke... Irgendwie... Also, ich... Ich will jetzt... Ich hab... Ich hab ein halbes Herz-Schaden bekommen. Haha. Einer? Oh, ne doch nicht. Das hat aber grad in der... Regeneration-Phase gewesen. Achso. Achso, ist das so? Ist das so? Du bist nicht von mir. Wow, das lag. Bei mir nicht. Oh, weißt du... Nein! Ich hab nur noch ein Herz. Ich hab nur noch zweieinhalb Herz. Ich hab nur noch eines. Ich hab nur noch zweieinhalb Herz. Wie viel jetzt noch? Wie viel... Oh. Scheiße, Entschuldigung. Oh Gott. Hahaha. Ja, Christello. Ich glaub, du stirbst jetzt. Hahaha. Ja, ich hab nichts dabei. Doch, mein Zeug. Ne, das liegt hier noch. Ich glaub, das ist Dark relativ egal. Der wird dich jetzt trotzdem töten. Ne, Dark mag mich ja. Ich will auf einer Spinne reiten, Alter. Ja, aber wir wollen aber nicht stehen bleiben. Das ist Drecksvieh. Jetzt komm zu deinen Sachen. Jetzt komm zu deinen Sachen. Jetzt komm zu deinen Sachen. Alter, muss ich erst mal dahinter wieder latschen. Fick dich, einfach nur. Einfach nur. Fick dich. Du hast gesagt, du hast nur zwei Herzen. Alter. Und du hast am Anfang gesagt... Alter! HALT! Wie er wieder am Ragen ist, ja, das kennen wir ja schon. Sack der Richtige, der am Ragen ist. Gerade die halbe Stunde in die Fresse gehalten, nur weil er angepisst war. Ja, ja. Ja, weil du... Weil du wieder rumgeraged hast. Ja, schon wieder rumgeraged hast. Ja, du wirst einfach zu mir an AD Carry zu spielen. Ne, ich glaube nicht. Haha. Ich glaube doch. Also, ich schmeiße dir deine Sachen wieder hin, aber ich brauche dein Fleisch. Alter. Du lässt mein Zeug alles da liegen. Warum hattest du Wolle im Inventar? Ich weiß alles, was ich dabei hatte. Ja. Ja, das stimmt. Der hat das auf Band. Okay, das sind jetzt ein paar viele Neverwatsen, die ich habe. Glowstone Dust ein bisschen mitnehmen. Was soll ich denn alles für Tränke machen? Duck, duck. Was soll ich denn alles für Tränke machen? Diese Heal-Tränke, diese Sofort-Heil-Tränke. Die sind relativ wichtig für einen Draften. Und am besten, keine Ahnung, diese Regenerationstränke. Die Heal- die Heal- die Heal-Potion? Ja, aber dafür brauche ich Gas-Trennen. Die habe ich jetzt keinen Bock zu farmen. Ne, ich auch nicht. Ähm, ja, dann mach diese Sofort-Heil-Tränke. Okay. Was brauchst du denn dafür? Meta-Watzen? Äh, Awkward-Potion, Glistering-Melon, und fertig. Ach ja, die, die Wasser- Ja, Prime hat die Wasser-Melon. Das heißt, wir müssen Wasser-Melon suchen gehen. Willst du mich verarschen? Er hat die noch nicht angepflanzt. Nein, er hat sie nicht angepflanzt. Wie lange hat er die jetzt schon? Der hatte ich schon ein paar Folgen. Der hatte ich schon ewig lange, als wenn sie eine Mine plant. Ja, seitdem wir uns in der Mine getroffen haben. Ja. Ja. Und das war bei Folge 20. Ach ja, noch eine Info. Jeden Tag wird es nur EINE Microsoft-Folge geben, weil die Full-AD sind. Full-AD ist riesig. Full-AD hat Qualität. Also jeden Tag nur EINE Folge. Lass mir das auch in Ordnung. Auf den Arsch. Wollte ich jetzt nochmal Maso anmerken. Ne, Quatsch. Ja auch schon. Du hast trotzdem mein... ...mein Fleisch gehabt. Hier. Hier. Behalt's! So. Weißt du was? Ich behalt's auch! Okay, Enderpern brauchen wir. Also, diese Augen. Das dauert in Ordnung eine ganze Weile, bis wir den Enderdrachen gefunden haben. Ja, weil wir erstmal dahin müssen, wo... Ja eben, wir brauchen die Ender-Augen, dann müssen wir noch genügend haben für... Wir haben aber relativ viele Ender-Augen schon. Wir haben Enderpern. Also, ja. Wir brauchen Blaze-Powder. Und wir haben doch Blazing-Brots, oder? Macht man Ender-Augen? Was? Wie macht man denn die Ender-Augen? Das Blazing-Powder und die Ender-Perlen. Ja, aber ich mach jetzt erstmal ein paar Brauchstellen, damit es schneller geht. Ja. Ja, dann würd ich sagen, lass mal zu unserem Spawner zurückgehen und Dings farmen, ne? Blazing-Brots? Aber wenn ihr mir die Slime-Balls gebt, dann kann ich Feuer-Resistenz-Tränke machen. Scheiße, Feuer-Resistenz-Tränke, Alter. Wir brauchen auch nur eine komplette Diamant-Rostung und so. Oh ja, stimmt. Wir müssen also noch mal Strip-Man gehen. Ähm. Ja. Jetzt sind nur Cheat-Bunds-Anteile, ne? Jeden hat niemand gehört. Warum läuft das Spiel eigentlich mit 60 FPS? Das ist merkwürdig. Jedes Spiel mit 60 FPS. Nee. Vielleicht, wenn ich Phirps 30 zuweise... Wenn ich Phirps 30... Es ist wieder nur 30. Ja. Ja, komm. Alter, Christello. Christello. Was? Ja, boom. Ich weiß. Ja, du mich. Aua. Oh, dein Helm ist kaputt gegangen. Nein! Wir haben nichts zu essen mehr hier. Ich hab noch 25 Brot für dich. Das ist mir leid. Brauchst du welches? Jo. Ich brauche immer das. Mach das nur. 21 Cent. Oh mein Gott. Nein, ich verm- Ist du wieder tot? Möchtest du lieber Schweinefleisch oder Hühnchenfleisch? Ich nehme Schweinefleisch. Lassen die sich aber verwöhnen hier. Hoppa, Alter. Oh, eins, danke. So spendabel. Das hier war nicht mehr. Ähm. Das haben wir. Ich lass die Samen mal hier. Nein, Gott. Äh. Eisenschmerzen entgegen. Hast du einen Bogen? Du hast einen Bogen, ne? Dark. Dark. Oh, der hat sich wahrscheinlich gemutet. Also Leute, ne? Dark hat sich gemutet. Der hat gerade einen Kotzanfall. Also, wir machen jetzt hier alleine weiter. In meinem Husten einfach habe ich mich erstmal voll gemutet und Fenster zugemacht und so. Hab ich, ich hab die, äh... Die netten Zuschauer habe ich unterhalten in der Zeit. Okay, was hast du gesagt? Äh, dass du einen Kotzanfall hast und, äh, ich... Okay. ...die jetzt unterhalte, während du mich da bist. Habt ihr Glas für mich? Ne. Äh, Dark, wo willst du hin? Ich wollte die Zuschauer hier oben in den zweiten Raum zeigen. Achso, ja, den habe ich aufscreen gemacht. Das tut mir leid. Schön geworden, oder? Ja, finde ich auch. Brauchen die nicht, brauchen die kein Licht? Oder Licht? Die wachsen besser, wenn kein Licht da ist. Okay. Na dann. Achso, ich habe hier noch einen Pfeil für dich, oder? Einen Pfeil? Cool. Doch so viel, das ist mein einziger Pfeil jetzt. Achso. Okay. Ich hab einen Bogen dabei. Achso, wir hatten ja die Dings gefunden und wir mussten halt aufscreen hier irgendwie wieder hin. Deswegen habe ich hier ne Treppe... ne Treppe? Ne Treppe gebaut. Wo? Hier. Ich glaube, ich geh mal in euer E-Club gucken, ob ihr Glas habt. Äh, die haben in der Hölle Glas. Ja. Wie viel? Ganz, relativ viel. Komm her und guck nach. Ich glaube, zwei, zweieinhalb Stacks oder so. Oder andere. Das ist gut. Boah. So harte Rockler, oder? Ja. Nein. Boah. Wie war dort Full HD? Boah. Dann habt ihr Rockler in Full HD, Leute. Das ist doch auch mal was. Ja. Ja, das ist, das ist voll der Service, ja. Äh. Wer will schon nur in HD sehen? Rockler in Full HD sind voll geil. Keiner bietet euch. So ein Service. Nur der Liebe da könnte. Hast du mich grad geschlagen. Naja, aber ich hab mir auch runtergefallen. Haha. Alter, gest, gest, gest. Rechts. Link? Was? Unter? Ja, bei dir links. Boah. Scheiß. Scheiß, ausgerentet da, wo ich... ...deck anfangen. Da ist sogar noch einer dahinter. Oh, wow. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Äh. Okay, lass uns mal die komische... Ich hab jetzt fast zwei Stacks Fläschchen. Ja, lass uns mal die... Warte mal. Wie war das? 75, 73? Boah, der Fläsch. Minus 75, 33. Minus... Minus 75, minus 33 war's. Brennen. Nicht 33. Wollang? Weiß ich nicht. Bei mir lädt die Welt noch nach. Ich seh die ganze Zeit doch... Minus 75, 33? Ich seh ich, bist du dir sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher. Aber das ist der... Ach, doch da. Nein, hier nicht rum. Das ist aber Gäst. Ja, mein Gott. Ich hab mir doch... Und der will lädt die Welt immer noch nach. Was soll die Scheiße? Ähm... Hier war's, glaub ich. Ja, hier. Ist die Brücke kaputt. Meine Brücke ist kaputt. Hab ich doch erst gesagt, dass sich der Gäst erfolgt hat. Ernsthaft? Ich hab aber kein... Na gut, ich fahr mal. Ich hab 22 Dirt dabei. Ja, gib mal her. Boah! Wo ist sie denn bitte kaputt? Weiß ich nicht, weil... Ja, da hat ein Gäst dann gegen geschossen oder so. Hier ist doch gar nichts kaputt! Hä? Du... Da ist nichts bei mir, gar nichts. Ja, dann komm mal näher. Die... Das lädt doch noch nach. Ach, toll. Bei mir war da wirklich alles kaputt irgendwie. Fail. Was bringt mir eigentlich, wenn ich eine Wasserflasche trinke? Gar nichts. Du sollst jeden Tag zwei Liter Wasser trinken. Aber ansonsten... Äh... 75, was? 75 minus... Minus 75 und 33 war's, ne? Ja. Dann gib mir doch mal bitte eine Angabe, wie viel Wasser in so einer Wasserflasche drin ist in Minecraft. Also bei mir 1,5 Liter. Okay. Das soll hier genau geradeaus. Ne, Quatsch. Haha, was machst du? Ja, ich weiß nicht wo lagen. Keine Ahnung, ich kann mich hier nicht hart aufgezählen. Das lädt immer noch nach. Hä? Wo bist du? Um die Ecke rum. Nicht da lang. Da ist Lava. Lol. Ich dachte gerade, du wirst so ein Schweinemensch. Was sind du jetzt? Hinter dir! Haha, da bin ich. Da bin ich. Muss dich schlagen. Ja, ansonsten merkst du ja nicht, was du... Lol, lol, lol. Och. Lol, sagst du? Ne, sag ich nicht. Och, scheiße. Alter, du läufst bei mir auf nichts. Ja, ich brauche jetzt Gistering Melons, ne? Ich würde mal sagen... Alter! Diese Gäste, ey! Brennen. Ich brenne. Warum brenne ich? Weil ein Gäste... Lol! Ich hab den... Ach, ich hab den Feuerball weggeschaut. Ich muss mal kurz Lol zumachen, warte. Hier ist ein... Echt nerviger Gäste. Mach den jetzt doch allein. Was brauchen wir denn noch? Brauchen wir... Ich hab keine Pfeile mehr. Schnelligkeitspotions. Was? Schnelligkeitspotions, damit wir schneller sind. Wie viele brauchst du von den Stäben? Ähm... Ich... Ich hab noch 16 Stück oder so. Ja, 16 Stück und ich hab... Alter, ich bin verarscht. Komm, ey, du Mistvieh. Ich hab... Ich hab insgesamt 22 Stäbe. Und 6 Stück hab ich verballert. Für Braustände. Eigentlich kann der die Brücke nicht kaputt machen. Dann sind die echt irgendwann am Arsch. Find das nicht irgendwann zu langweilig? Was droppt ein Zombiemenschen außer Schwein... Außer das... Das bedaubende Schweine vielleicht gar nix, ne? Goldnaget. Was denn der jetzt hin? Über dir. Was? Oh, Leute. Kann der mal runterkommen? Oh, Headshot? Ne, schau dir. Sollt. Ich stoße die irgendwie zurück, ne? Ne. Das wär ein bisschen fail. Obwohl. Doch, können sie. Alter, der schießt nur auf dich? Ach komm, die sind doch scheiße, ey. Ach, das ist die zu drehen. Was denn jetzt? Guck mal, wie weit weg er immer ist. Eben war noch direkt über... Der nervt. Darf ich den töten? Ja. Hat der ein Gold... Der hat kein Goldschwert fallen gelassen, oder? Der hat ein Goldnaget... Goldschwert. Ja, natürlich. Das sagt dazu aus. Ja, die droppen wirklich manchmal Goldschwerte. Auch Golddinge. Gib mal an der Seite. Ja, genau. Goldkronen. Alter, dieser Gäst! Ja, ja. Dieser Gäst hier. Alter, hau! Ey, kannst du mir mal sagen, warum Loll bei mir nur mit 60 FPS läuft und Minecraft mit 106. Kommt auf die Einstellung drauf an. Ja, bei mir hat Minecraft gerade auch 100. Aus dem Minecraft ist Java, äh, ist Grafikkarten und RAM-lastig. Lol. Grafikkarten und CPU. Nein. Ich dachte schon, du machst den Spawner jetzt kaputt. Nein, da! Da war... War das nicht halt ein Blazing? Die hier meinst du, ne? Leif dich. Ja, mein Schwert wäre ich... Leif, dein Schwert ist bei mir verwackt, es steckt im... Block drin, ne? Naja. Könnt ihr mal welche Spawner, das ist so langweilig. Alter! Du brauchst ein Licht zum Spawn, ne? Ne, eigentlich nicht. Ich schlag dich mit deinen eigenen Waffen. Ich brenne. Du auch. Wir brennen, wir brennen, wir brennen, brennen, brennen. Machen wir ja ne... Oh, ich hatte ne Fackel. Oh, wir haben Spongebob nachgemacht. Oh, jetzt geht das mit dem Nachmachen schon. Alter! Nein! Meine Fackel! Jetzt hör auf mich zu schlagen, Alter! Alter, gib mir doch blazing rods! Blazing rods! Blazing rods! Nein! Ich will die droppen, Mann! Die erste bitte blazing rods. Bei mir heißen die Lohenroute. Ich bin größer als du. Ich bin echt nicht. Ich bin echt nicht. Ah, aber er will jetzt was wissen. Ach, der war schon auf dieser die ganze Zeit. Na ja... Ich meinte, der In-Game. Aber schön, dass ich euch angesprochen fühlt. Angesprochen fühlt. Angesprochen fühlt. Angesprochen? Hör auf damit, derzeit! Derzeit! Sonst geh ich raus... Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Da draußen ist ein Blazing Rod! Ähm... Loh... Seit wann spawnen die Dinger draußen? Wollen die mich verarschen? Warum zur Hölle hab ich eigentlich zwei Diamantschleife? Oh, hier ist... Was brauchen wir denn alles für Tränke? Keine Ahnung... Welche zum Naschen? Moment mal, wie macht man... Ich muss einen Minecraft-Wiki... Minecraft-Wiki! Naja... Du musst halt gucken, wenn zwei... Wenn nur einer ist, dann... Dann ist der andere draußen! Ja, oder so... Dann baut den von außen zu! Ha... Master! Deine super Kommentare wieder, ey! Genau wie Matzi LP! Bist du ja, Entschuldigung! Ja, klar! Entschuldigung, guten Tag! Wie viele Rods hast du? Fünf! Sechzehn! Warte, fünf, was kriegst du einen Schlag? Ich hab nur zwei! Ach, ich muss dir ja noch zwei mal schlagen, wenn's gerecht ist! Sch... 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 Mein Kraft! Wiki! Mein... Kraft! Wiki! Sch... Alter, können die mal... Sind vielleicht wirklich draußen wieder gespawnt? AAH! Pfff... Ja, hä? Jetzt hast du gar nichts mehr an! Doch, ich hab noch Schuhe! Das sind doch Schuhe! Ich hab noch einen! Oh, Feuer! Fick dich! Ah, ich bin tot! Ich bin so tot! Ernsthaft? Ne, noch nicht! Ich hab zwei... zwei Live noch gehabt! Oh, ich hab auch nicht mehr viel! Ah, rechts ist einer! Rechts ist einer! Draußen! Ja, ich... Hält er dir! Rechts, rechts! Ah, da ist einer! Oh, leck! Leck! Komm mal zurück, komm mal zurück, ey! Warum regenerieren sich die Herzen so langsam? Oh, das ist doch... Jetzt ist einer runtergefallen! Ja, genau! Jetzt... Alter, ich sterbe! Ich sterbe! Ich bin am sterben! Nein! Wo ist der Guest? Ich hab ihn gehört! Vorsicht! Alter! Ich bin tot! Nimm dir mein Zeug mit! Soll ich weg, oder? Oh mein Gott! Nach dieser Bemerkung wurde ich weg, ja! Weiß nicht! Ja, besser ist, du kommst raus! Oder... Ich hab neun von den Dingern! Ja! Komm Richtung zu mir! Ich bin gleich wieder im Nether! Natter! Oder reichen neun! Ja, reichen neun nicht? Oder reichen neun? Ne, wir brauchen ja erstmal welche, um ein... Also, um das Ding zu suchen und dann welche, um die einzusetzen! Was? Solche Änder-Augen! Ach ja, die Änder-Augen macht mir der ja damit! Wir müssen die ja in die Luft werfen, um das Ding zu finden! Na komm, dann farm ich noch! Ich hab noch ne Rüstung an! Dann brauchen wir noch 809 oder, keine Ahnung, 12 Stück oder so, um das Portal zu aktivieren! Hm, 8 oder 9 oder 12! Ich kann nur 16 sagen! Ich glaube es sind sogar 16! 16 oder 12 sind's! Weißt du, was dann übelst lustig sein wird? Wo ich dann wieder jemanden nachmachen werde, aber das sagt man nicht! Nach Harley, willst du dann da so reichen oder was? Ich weiß wen! Ich will echt mal gucken, ob dir da wirklich Außersehen reingefallen ist! Oder ob das ein Bug war oder so! Ich komme wieder zu dir! Oh! Ich bin absolut ungerüstet! Ich hab nix zu futtern dabei! Ja, ich hab dein Stuff dabei! Ich glaube jetzt einer wieder außerhalb vom Dings-Respawne! Ich sollte weniger rennen! Ich bin absolut nicht wahr da! erstmal!